Ja hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin's wie immer euer Gunshot. Diese Runde mit Chimera wollte ich euch nicht vorenthalten, weil sie einfach irre viel Spaß gemacht hat und einiges an Action bietet. Wir sind hier als Duo unterwegs und haben tatsächlich im späteren Verlauf ziemlich gut rasiert. Es hat echt Spaß gemacht und daran wollte ich euch natürlich teilhaben lassen. Das war's auch schon mit dem langen Gerede. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Zeph, wrong lane. Ja, check der noch. Der Raff ist aber auch. Ich finde die andere Läden, oder? Oh Gott, nein. Das geht schon gut los. Ich weiß nicht, Roba Prime ist doch nur so ein Deathmatch für Smart Hand hier. Ja, es geht. Also du siehst, dass die, die in die Richtung wollen wie Predecessor. Also die wollen schon, dass das ein MOBA ist. Die haben ja auch die ganzen Zeiten und alles, alles jetzt in den letzten Updates so verändert, dass du tatsächlich mehr dich aufs Lane konzentrieren sollst, als die ganze Zeit zu Deathballen. Okay. Hm. Aber es hat halt noch nicht ausgereicht. Das müssen die noch wesentlich stärker machen, damit das Deathballen da am Anfang schon aufhört. Und dann wollen wir ganz kurz ein Super Early Gank machen hier. Hm. Oh, Smart. Also, diese Eyeballen sind dochения. Also, das ist ein Moid-Shirt. Danke. 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 so und blue von kalari habe ich auch schon aber die wird wahrscheinlich gerade meinen machen ah ne die ist bei wo ist richter weil der geht weg war jetzt war er doch da scheiße ich fasse kalari habe ich schon mal 10 ich mache einen guten job dort drüben ich habe mich schon wieder bitte ja die babysittert mich immer noch zurzeit mega nervig auch wir sind aber ich habe ich glaube ich glaube dass wir hier ein Ach scheiße, falsch gehören zu meinem Camp. Ach maaan. Zeit verschwendet, Zeit verschwendet. Und dann sehe ich zu, dass ich Fengtus vielleicht hinbekomme. Was mag ich, hätt ich machen können? Hm, äh, Ward placen. Ja, ist ja egal jetzt. Severock scheint ein paar Probleme gegen... ...Aufmiss zu machen. Ist das richtig? Ist das richtig? Ist das richtig? Hm, äh, Ward placen. Was war die unsere Psychiatrie zu verraten? Ist das richtig? Ist das richtig? Ist das richtig? Ist das wichtig? était Wach der Durchbrief? Ist das richtig? Das war's für heute. So, ich geh zum, ich geh zum Fangtooth, solange Kallari tot ist. So, ich geh das, è normal das. Oh, da kommt sie, ich hab Ultrali. Oh, ich wollte Zabarok ernsthaft versuchen, sich einzumischen. Oh, guck mal, da haben wir einen Hobitzer. Hallo, Hobie! I'm looking for you. Oh, bitch. Ich muss auch ein bisschen meine Jungle-Camps machen, würde ich hier. Ich kann hier nur auf der Lane sein. Oh, hier geht's. ... 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 Ja, eigentlich hätte ich Kalari easy kriegen müssen, aber er hat seine scheiß Dinges ganz gut geschmissen. Reine Miene. Au. Na ja. Ich will mir mal red. Ja, ich weiß nicht. Ich komm zu Fank. Ich hab'n Red noch. Ich hab'n was pushen. Ich hol' mir den River nicht, weil er noch nicht da ist. Geh'n bisschen weiter hinten rum. An enemy tower is under attack. Warte, was? Ich hab' das Top im Auge gehabt. Oh, können wir nach rechts noch was snacken? Oh, ne Sparrow. Oh, ist gar keiner hier. Haha. 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 Okay. Hallo Ari, ist auch da in der Mitte. Oh. Jetzt muss ich aber auch mal ein paar Camps machen. Muss ich mal... Was mit meinem Blue? Oh, die hat meinen Blue gesteilt. Wenn sie das überhaupt war. Wenn sie das überhaupt war. Hatscht auf mich. Hatscht auf mich. Winkel hat das überhaupt los. Wann ist das da? Wie? Hatscht auf mich. Der Mini-Orb in andere Phase? Ich weiss nicht, ob er bis Minute 20 da ist oder Minute 15. Irgendwie so. Ich guck mal eben schnell. Ist der Kleine noch, bis Minute 20. Okay, also Malari ist weg, also das ist... Wirst du das Ding? Der killt mich aber nicht. Okay. Manamana. Manamana, eh, eh. Das ist ein anderes Lied. Manamana war auch Manamana oder? Ne, ich hab nicht Manamana gesungen, sondern... Wie heißt das Ding? Ach, ich kenne jetzt, weiß ich selber nicht, was ich gesungen habe. Irgendwas mit E, eh. E, eh, eh? So, jetzt bin ich gleich ein paar Sachen ab. Ich kenne mal die gerne auf jeden Fall, oder? Meinst du? Weiß nicht. Oh. Scheint mir nicht so erfahren zu sein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob die Dandy Kalari sackt halt voll rein. Das heißt, die spielen gefühlt zu viert. Oh, jetzt noch Saborok. Fuck. Enemy Towers destroyed. Ich hab keinen Mann an, wenn ich von da zurückgehebe. Ich kann dir nicht helfen. Enemy Tower under attack. Immer wieder auf den Weg gehen. Absolutely. No, da ist es. Ich kann deinem Wettbewerb auswählen. Der Energie hat fallen. Und ihr Viktor, los, Kampfkette. die Oh, guck mal, hier sind Hobbitser. Ich hab Ult-Eye ab. Ah, I'm Starbububu! Ist Kalari hinter mir? Der Kalari, die von einem halben Lohn Kalmyra abhaut, ey. Was ist da los? Wer hier? Nee. Ah, irgendwie nicht. Oh, dann... Zeh ich mal zu, dass ich ein bisschen Leben wieder kriege. Oh. Oh, ich hab kein Mana, sonst würde ich ihm helfen, aber so. Oh. Oh. Oh, wie geht's das? Oh, wie geht's das? Oh, wie geht's das? Oh, wie geht's das denn? Oh, ich gewinnen. Oh, wie geht's das? Oh. Ich geh kurz weg. Bin ich dabei. Ich gucke mir in red und renne und jetzt ist der Orber der große. Finde ich gut, dass wir das machen. Hm? Finde ich gut, dass wir das machen. Ah, für die ist es jetzt natürlich Zeitverschwendung. Für uns ist es schön, weil man genießt natürlich ein Spiel, wo es gut läuft. Du hast die Musik ein bisschen zu laut eingestellt für den Stream? Echt? Warte. So, besser? Ich habe vorhin gefragt, ob es passt. Erいうこと gibt's Game, jetzt ist jetzt täter Zeit. Mit dir Corruption vous macht's. Und jetzt ist es sicher. Beischer spielt er auch nicht! Oh ja! Tsia wird darunter kommen! Er kommt runter! Ist abgehauen. Ja, können wir Ende machen, oder? Ah, schönes Game, tut mir ein bisschen leid für die anderen, das wird richtig reingesackt haben, aber das ist zu gut, Balsam für die Seele. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.